Ich habe eine junge Frau kennengelernt, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Aber bevor ich ins Detail gehe, denk doch mal nach. Nie weiß man, was es mit sich bringt, wenn man an einer Weggabelung steht und statt den einen anderen Weg einschlägt, was es nach sich zieht, wenn man in einem bestimmten Augenblick seine Meinung revidiert und sich für eine Alternative entschuldigt. Was bedeutet dir das Bild? Dieses Gewirr aus Mut in Schwarz-Weiß? Warum kommst du jeden Tag her? Ich komme, weil ich den Eindruck habe, dass das Bild von mir erzählt. Ja, richtig. Es erzählt von uns allen. Aber du kommst, weil du etwas suchst. Du wirst schon nicht sterben, hörst du? Du stirbst nicht. In Kriegen wird nun mal gestorben. Und ja, wir wissen es, Spanien ist unser Ziel. Die ersten Kameraden sind von dort schon wieder zurück. Aber wie ich es auch dreh und wende, ich verstehe einfach nicht, was wir da unten sollen. Wenn ich in deine Augen schaue, fühle ich, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Nimm diese Adresse und frag dort nach mir. Wenn du bis zum Ende gehst, wirst du wissen, wie ich bin. Es war schön, dich kennenzulernen. Bis zum Ende gehst, wirst du wissen, wie ich bin. Du bist einfach nicht worsen, wie wir, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Delingین Deling Vielen Dank.